In diesem Video schauen wir uns an, wie man Lautsprecher einmessen kann. Aber was ist es überhaupt, Lautsprecher einmessen? Bevor ich dir vorher-nachher Vergleiche zeige, Ergebnisse, die jetzt aus diesem Raum, mit dieser Abhörposition und diesen Lautsprechern und so weiter stammen. Warum eigentlich? Die Idee dahinter ist, dass der Frequenzgang an der Abhörposition und von den Lautsprechern einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie wir Musik zum Beispiel wahrnehmen oder etwas, das wir tonmäßig bearbeiten möchten. Wenn unser Raum zum Beispiel sehr viel mehr Bässe in der Wiedergabe hat, als tatsächlich eigentlich auf der Aufnahme vorhanden, dann werden wir in die falsche Richtung kompensieren. Das heißt, wir werden zum Beispiel, weil wir denken, es sei zu viel Bass, weil wir das ja so hören, weil so viel Bass vorhanden ist im Raum, werden wir den Bass absenken und damit eigentlich ein zu dünnes Ergebnis bekommen. Was wiederum bedeutet, wenn wir es auf einer anderen Abhöranlage, in einem anderen Raum oder auf einer anderen Anlage hören, dann wird es zu dünn klingen. Und genau das wollen wir nicht. Was bedeutet das? Wir wollen eigentlich eine möglichst lineare Abhörumgebung haben. Also ein Raum, ein System, das möglichst den Frequenzgang nicht verändert. Wenn so und so viel Bässe rein sollen, dann kommen auch so und so viel Bässe raus. Und auf dieses Ziel hin kann man einen Lautsprecher einmessen. Welche Werkzeuge stehen uns da zur Verfügung? In erster Linie müssen wir natürlich mal wissen, wie ist das Ergebnis vor der Optimierung, damit wir wissen, in welche Richtung müssen wir hin optimieren. Und dann wollen wir natürlich auch wissen, wie ist das Endergebnis danach. Also müssen wir irgendwie das messen können? Das ist möglich, indem wir an der Abhörposition, also da, wo ich mich gerade befinde, ein Messmikrofon aufstellen und dann über den Lautsprecher, den wir messen möchten, ein Messsignal ausgeben und uns dann anschauen, wie wird durch das System das Ergebnis am Abhörplatz verändert. Und darauf haben natürlich viele Faktoren einen Einfluss. Deshalb habe ich das nicht als allererstes gemacht, sondern das ist der letzte Schritt in der Optimierung dieses Raumes. Zuerst habe ich mir angeschaut, wo ist die bestmögliche Abhörposition, damit der Bassbereich direkt so ausgewogen wie möglich ist, der insbesondere vom Raum abhängig ist, weil die Raumdimensionen Einfluss auf die Raummoden haben, die Raummoden wiederum bestimmen, wie laut an bestimmten Stellen im Raum die Bassbereiche sind. Und da wir das nicht ändern können, da ich die Raumgeometrie nicht verändere, war das der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann, die Lautsprecherpositionierung im Raum rauszufinden, denn auch das hat wieder massiv Einfluss auf den Frequenzgang. Dazu gibt es einzelne Videos, die kannst du dir gerne anschauen. Und dann erst habe ich den Raum akustisch optimiert, also Absorber aufgehangen, an bestimmten Stellen Bassfallen aufgestellt, ein Deckensegel über mir, um den Raum möglichst neutral und linear zu gestalten, um dann wirklich gut einschätzen zu können, wie klingt etwas auf einem anderen Abspielgerät, wenn ich es hier höre. Also es geht rein und alleine um die Übertragbarkeit. Jetzt zurück zum Einmessen. Das ist wirklich der, und genau aus diesen Gründen, der letzte Schritt, den man tun sollte. Also fall nicht darauf rein, wenn dir eine Raumkorrektursoftware sagt, ja, nimm einfach mich und dann passt es schon. Das ist nicht der Fall, denn Raumkorrektursoftware macht nichts anderes als häufig eine EQ-Anpassung. Es gibt sehr hochwertige, sehr teure Geräte, die auch noch auf mehr Dinge Einfluss haben. Aber darum soll es nicht gehen. Wir machen es jetzt so do-it-yourself, wie du es auch zu Hause tun kannst, indem wir rein über eine EQ-Anpassung den Frequenzgang des Lautsprechers optimieren. Was brauchst du, wenn du das selber machen möchtest? Ein Messmikrofon eben für die Hörposition, die kostenlose Software RoomEQ Wizard, mit der du die Messung erstellst, deinen Lautsprecher in deinem Raum und dann irgendeinen Equalizer, mit dem du die Frequenzgangoptimierung machen kannst. Ob das etwas ist, was zwischen deinem Output vom Interface und dem Lautsprecher hängt, ob das ein DSP ist, der direkt auf dem Lautsprecher ist, ob das eine Software ist, die auf deinem Rechner läuft, ist erstmal vollkommen egal. Das Prinzip ist immer genau dasselbe. Wir schauen, dass aus dem Lautsprecher das Signal rauskommt, was für uns an der Abhörposition den linearstmöglichen Frequenzgang liefert. Und dann habe ich gemessen, wie ist denn der Status Quo und das sieht dann so aus. Das hier ist der Frequenzgang des linken Lautsprechers, so wie ich nach der Raumoptimierung mit ihm gestartet bin. Und du siehst, es gibt noch eine ziemlich krasse Abweichung von dieser Horizontalen, die eine hundertprozentig lineare Wiedergabe bedeuten würde. Die Bässe sind zu leise, hier diese mitten sind zu laut und auch hier oben, dieser Bereich ist deutlich zu laut. Die Lautsprecher, die ich hier habe, die haben einen DSP eingebaut, über den ich Klangregelungen machen kann. Und zwar in bestimmten Presets und dann auch komplett frei über einen parametrischen Equalizer. Zuerst habe ich mir den Frequenzgang über den Lautsprecher und die Presets eingestellt und versucht einfach so nah wie möglich ranzukommen. Diese blaue Linie zum Beispiel, die ist Bass plus 1, Desk heißt die zweite Anpassung minus 1, mit plus 1 und High minus 1, um jeweils immer ein bisschen näher an das Optimum, an einen linearen Frequenzgang ranzukommen. Aber wie du siehst, wir sind noch lange nicht dran. Dann habe ich das nächste, die nächste höhere Stufe sozusagen genommen. Hier ist dieser Bereich noch ein bisschen abgesenkt. Sind wir aber immer noch nicht gut. Dann bin ich hier bei der grünen Kurve von den Presets auf die frei verfügbare Änderung über einen Equalizer gegangen. Und habe hier folgende Einstellung gemacht. Ich habe bei 60 Hertz um 5 dB und einer ziemlich breiten Q, also einer ziemlich breiten Kurve, angehoben. Dadurch ist dieser Bassbereich deutlich lauter geworden. Wie man sieht hier, 60 Hertz ist deutlich lauter und auch der komplette Bereich hier außenrum, eigentlich bis in die 150 Hertz Ecke, ist damit angehoben worden. Denn wenn ich es zu schmal gemacht hätte, dann wäre ja zum Beispiel hier dieser Bereich und dieser Bereich nicht mit lauter geworden. Also ich wollte schon einigermaßen breit anheben. Dann habe ich um minus 2 dB bei 240 Hertz abgesenkt. 240 Hertz ist es hier ungefähr die Mitte von diesem größeren Ausschlag nach oben. Und da siehst du, okay, das geht in die richtige Richtung, ist aber noch lange nicht genug. Und außerdem habe ich hier ganz oben mit einem Shelf-Filter oberhalb von 10 kHz, also in diesem Bereich, abgesenkt um 3 dB. Aber wir sind immer noch nicht da, wo wir hinwollen. Ich mache jetzt mal der Übersichtlichkeit halber andere Kurven weg. So, die grüne ist das, wo wir jetzt angelangt sind. Zumindest der Bassbereich ist schon mal lauter und diesen Bereich haben wir leiser bekommen. Als nächstes habe ich mir zwei Bassfrequenzen genommen, nämlich 40 und 60 Hertz und dachte, mit der Anhebung von 2 könnte das Ganze vielleicht ein bisschen gleichmäßiger passieren. Aber es hat tatsächlich nicht zur Zufriedenheit genügt, denn wir haben hier bei 100 Hertz dann ein deutliches Loch bekommen, während der Bass unten 40 und 60 Hertz einfach viel zu laut wurde. Bin dann wieder ein bisschen zurückgerudert und habe stattdessen eine höhere Frequenz genommen, nämlich hier 90 Hertz und dann sieht man langsam, okay, der Bassbereich wird deutlich gleichmäßiger im Vergleich zu vorher, wo wir hier diesen Unterschied zwischen ganz oben und ganz unten sozusagen, also zwischen dem lautesten und dem leisesten ist hier deutlich höher als bei dieser helleren pinken Kurve. Jetzt ist der Bassbereich schon ähnlich laut wie der Höhenbereich. Als nächstes musste ich mich um diesen Tiefmittenbereich kümmern. Da habe ich bisher immer bei 260 Hertz abgesenkt, aber dadurch ist zum einen diese Kerbe hier entstanden und zum anderen haben wir immer noch diese deutliche Überhöhung. Deshalb dachte ich mir, okay, da kann ich wahrscheinlich mit der Frequenz tiefer gehen, also so in Richtung 200 Hertz und dann an dieser Stelle möglicherweise diese starke Absenkung loswerden, als auch diese Überhöhung etwas leiser bekommen. Und dann, als ich das probiert habe, sah das so aus, hat tatsächlich funktioniert. Dieser Bereich ist insgesamt leiser geworden, während diese Absenkung wieder hochgekommen ist. Und dann ging es weiter, das hat aber noch nicht gereicht, wie du siehst. Hier ist immer noch zu viel in dieser blauen Messung. Deshalb ist in der roten noch mal ein bisschen stärker abgesenkt worden, sodass wir da noch mal in dB insgesamt in diesem Bereich leiser geworden sind. Und damit kommen wir schon sehr nah an meinen Wunsch ran, nämlich das so linear wie möglich zu bekommen. In der letzten Messung sehen wir dann, dass ich noch mal mehr abgesenkt habe in diesem Bereich und wir dadurch diese grüne Kurve bekommen. Vergleichen wir mal am Anfang, der rote Graph ist die Messung vom Anfang und der grüne Graph ist die Messung vom Ende. Und tatsächlich sind wir von vorher ungefähr plus minus sieben dB auf plus minus drei dB Welligkeit gekommen, was doch eine deutliche linearere Wiedergabe bedeutet. Hier schauen wir jetzt zwar auf eine Terzbandglättung, aber selbst wenn wir in die zwölfte Glättung reingehen, sehen wir immer noch eine deutliche Verbesserung, denn auch in der zwölfte Glättung ist die Welligkeit von circa plus minus zehn dB auf ungefähr plus minus sieben dB runtergegangen, also eine Veränderung um sechs dB in der kompletten Amplitude. Auf diese Weise konnte der Frequenzgang jetzt also von über plus minus sieben dB auf circa plus minus drei dB geglättet werden und das ist in der Raumakustik wirklich ein guter Wert. Insofern bin ich damit schon mal ganz zufrieden. Egal ob du dich dafür entscheidest deine Lautsprecher auf diese Weise manuell einzumessen oder ob du es lieber automatisch machen lässt, am Ende kann es dir den letzten Feinschliff für deinen Raum bringen und somit eine deutlich bessere Übertragbarkeit deiner Arbeit auf andere Systeme. Insofern geh nach diesen Schritten zuerst die Hörposition, dann die Lautsprecherposition rausfinden, die Raumakustik optimieren und dann Lautsprecher einmessen vor um am Ende das bestmögliche Ergebnis rauszufinden. In den Videos die du hier gerade auf dem Bildschirm sehen kannst erfährst du wie ich das gemacht habe mit den Vorgehensweisen wie ich genau vorgegangen bin. Wenn ich diese Inhalte weiterbringe oder zumindest unterhalten dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben unter dem Video und abonniere den Kanal um keine weiteren zu verpassen. Danke dir fürs Zuschauen bis dann.